Und nun begrüße ich in München Stimme und Gesicht des ADAC, dem Pressechef Klaus Reindl. Grüße Sie. Grüß Gott. Sagen Sie, brauchen wir mehr Kontrolle und mehr Strafen? Naja, ich weiß nicht, ob die Strafen das allein Seligmachende sind, denn man schreit immer wieder nach höheren Strafen. In Wirklichkeit bringen höhere Strafen unserer Ansicht nach nichts. Besser ist es, wenn die Autofahrer einsichtig sind, wenn sie wissen, warum sie an bestimmten Stellen neben den Fuß vom Gas nehmen müssen und warum Geschwindigkeitsbegrenzungen angeordnet sind, dann ist das allemal besser, als immer gleich nach höheren Strafen zu rufen. Ja, und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, ob Sie schon mal geblitzt wurden oder immer brav so fahren wie vorgeschrieben, aber wenn dann doch mal eine Strafe ins Haus oder ein Ticket ins Haus kommt und man sich zu ungerecht behandelt fühlt, dann kriegt man in diesen Tagen ja ein bisschen Rückenwind. Da ist nicht immer alles richtig. Stimmt das aus Ihrer Sicht so? Also es stimmt sicherlich, dass ab und zu Geschwindigkeitskontrollen nicht ordnungsgemäß ablaufen. Die Messfehler haben wir ja gerade auch im Beitrag gesehen, was da für Fehler passieren. Aber zur Beruhigung aller, auch ich bin schon geblitzt worden, allerdings im wirklich gemäßigten Rahmen ohne Punkte, ich bin da unwesentlich zu schnell gefahren, einmal in einer Tempo-30-Zone, wo ich das Tempo-30-Schild nicht gesehen habe und dann bin ich mit 40 geblitzt worden. Also das war nicht allzu tragisch, da bin ich mit 15 Euro davongekommen und deswegen würde ich nie vor den Kadi ziehen. Ja, aber die Nachvollziehbarkeit wäre ja schon ganz gut, dass wir nicht quasi nur einer Maschinerie ausgeliefert sind, die wir nicht mehr kontrollieren können. Ist das in Deutschland auf hohem Standard oder ist das vielleicht noch verbesserungswürdig? Also wir haben in Deutschland ganz sicherlich einen hohen Standard, was die Messtechnik angeht, auch was den Ausbildungsstand der Polizeibeamten angeht, die diese Messtechnik bedienen. Gleichwohl können natürlich, und das haben wir ja im Beitrag vorhin auch gehört, es können natürlich Fehler passieren, denn wo immer Menschen arbeiten, kann es natürlich auch zu Fehlern kommen. Und wenn ich mich wirklich zu Unrecht beschuldigt fühle, wenn ich weiß, ich bin mir sicher, ich bin nicht zu schnell gewesen oder nur ganz geringfügig zu schnell gewesen, dann würde ich natürlich auch versuchen, meine Möglichkeiten auszuschöpfen und dann würde ich persönlich auch den Rechtsweg beschreiten. Man kann das ja alles lernen, wie man fahren soll und dann dementsprechend sich verhalten, wie man es gelernt hat. Lernen unsere Fahrschüler zu schlecht, zu wenig? Muss das System reformiert und verbessert werden? Es mag im Einzelfall sicherlich so sein, dass man mehr Wert auf bestimmte Dinge legen müsste, zum Beispiel auf das Einhalten der Rettungsgasse. Das habe ich in meiner Zeit, als ich den Führerschein gemacht habe, überhaupt nicht gelernt. Das habe ich mir erst auch später angewöhnen müssen, sofort die Rettungsgasse zu bilden. Also es gibt sicherlich Dinge, bei denen man in der Fahrschule heutzutage mehr Wert darauf legen sollte. Grundsätzlich ist das eine Geschichte, mit der man auch mit den Fahrlehrerverbänden diskutieren müsste, mit den Ministerialen diskutieren müsste und das, was auch ganz, ganz wichtig ist, dass man die jungen Fahranfänger nicht alleine lässt. Wir haben jetzt schon einen Schritt getan mit dem begleiteten Fahren ab 17. Das ist ein Riesenschritt in Richtung mehr Verkehrssicherheit für die jungen Verkehrsanfänger. Aber man sollte natürlich auch noch eine zweite Stufe anschließen an diese Fahrprüfung, an die erste und zumindest ein Sicherheitstraining auch mit vorschreiben, damit man auch lernt, wenn man das Fahrzeug in kritischen Situationen sicher beherrscht. Ja und nun sagen neueste Zahlen, dass doch eine ganze Menge an Fahrschülern durchfallen bei den Prüfungen. Ist die Prüfung zu schwer oder sind die jungen Menschen, die die Fahrprüfung machen, heute nicht mehr so schlau, wie wir früher noch mal waren? Naja, ich weiß nicht so sehr, ob das mit Schlauheit etwas zu tun hat, aber wenn man sich auf die Fahrprüfung richtig vorbereitet, dann denke ich, sollte man sie auch bestehen können. Und wenn ich ganz ehrlich bin, manche Dinge, die ich in der Fahrprüfung, in der theoretischen Prüfung wissen musste, die weiß ich heute auch nicht mehr. Zum Beispiel alle Fragen, die Lkw betreffen, die Achslasten von Lkw betreffen, weil ich selber eben keinen Lkw fahre, also habe ich das sozusagen in den Hintergrund gedrückt und in den Hintergrund verdrängt. Und eins ist ja auch ganz klar, derjenige, der bei einer Fahrprüfung durchfällt, der sieht das natürlich ganz anders als die jungen Leute, die sie bestehen. Kommen wir nochmal auf mehr Kontrolle und mehr Strafen zu sprechen. Zum Beispiel das Thema Drängler ist ja anscheinend wirklich ein drängendes Problem. Es heißt ja auch in letzter Zeit, dass die Aggressivität im Straßenverkehr zugenommen hat. Können Sie das auch vom ADAC so beobachten und bestätigen? Und die Frage ist natürlich, was heißt das? Muss da gehandelt werden und könnte eventuell mal was passieren? Also ich denke, dass die meisten Autofahrer, Gott sei Dank, sich im Wesentlichen an die Verkehrsvorschriften halten. Denn wenn nur noch gedrängelt werden würde, das wäre ja furchtbar, dann hätten wir ja auf den Autobahnen und auf den Bundesstraßen tatsächlich kriegsähnliche Zustände. Das ist sicherlich nicht so. Aber es gibt natürlich immer wieder Autofahrer, die zu nah auffahren, die mit der Lichthupe arbeiten, die wirklich aggressiv unterwegs sind. Aber man muss dann eben auch differenzieren, ob ich mich jetzt in dem Augenblick nur subjektiv bedrängt fühle oder ob ich mich tatsächlich objektiv gesehen auch hätte bedrängt fühlen müssen. Denn es gibt ja auch den einen oder anderen, der aus Versehen einmal etwas zu nah auf den Vordermann auffährt. Da muss man immer sehr genau differenzieren und ich denke, dass die notorischen Raser und Drängler, dass die ohnehin nicht ungeschoren davon kommen, denn irgendwann erwischt es jeden. Ja, meinen Sie, das kann man ja auch objektiv betrachten, nicht nur subjektiv. Die Polizei wäre dann quasi am Start, um das zu regeln. Aber dafür braucht sie dann doch manchmal vielleicht auch mehr Kontrollfahrzeug und mehr Personal, um da die Menschen auf den Straßen ein bisschen mehr zu erziehen. Ist da Nachholbedarf? Es ist sicherlich Nachholbedarf da, gerade was die Planstellen bei der Polizei angeht. Ich kann das nicht bundesweit sehen, aber bei uns in Bayern hat man ja vor einigen Jahren auch begonnen, Planstellen bei der Polizei abzubauen. Und man hat immer gedacht, man könne das Ganze einfach ersetzen durch Beamte aus dem Innendienst, gerade auch durch ältere Beamte und das geht eben einfach nicht. Und die Quittung bekommt man jetzt so langsam, dass man eben weiß, man hat viel zu wenig jungen Polizeinachwuchs ausgebildet und der fehlt eben jetzt auch an allen Ecken und Enden. Und auch der tüchtigste Polizist kann nicht überall gleichzeitig sein und er kann eben auch nicht überall dort kontrollieren, wo es wünschenswert, wo es erforderlich wäre. Klaus Reindl, herzlichen Dank nach München.